...Länder, samstags keine Lieferung. Information unter www.ips.net Ich hatte einen Kaffee. Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden. Wie viele Kinder willst du kriegen? Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden. Wie viele Kinder willst du kriegen? Das ist die nächste rechts. Komm schon! Ja, ja! Wir schaffen es, oder? Ja, wenn wir noch etwas bestolken! Oh mein Gott, geht es dir gut? Naja, fast. Nur das Telefon war etwas harte. Lauf! Lauf! Oh Mann! Okay.